Geet, it's strange how sounds can let you down, can let you down, my girl, you're in the middle of the line So meine Freunde, ich bin's wieder eurer Puppiger, willkommen bei Watch the Geekman und herzlich willkommen zu der Videoantwort von Gympanze G. Auch bekannt als Gympanze Gamer, das Gamer hat bloß nicht mehr hingepasst, deswegen G. Was soll ich machen? Ist halt so, ne? So, und zwar auf das Video Reverse Ghosts, meine Freunde, ja, die MTX mit Vordergriff und Schalldämpfer Sekundärwaffe habe ich die MP443 Grach mit Mündungsfeuerdämpfer Dann als Primärausrüstung habe ich die improvisierte Einhörungsmine, kurz USB-V genannt Als Perks habe ich Schnellziehen, Plünderer, Lagebericht und Verstärker Und als Angriffspaket habe ich den Soldaten genommen, Satkom, Wachhund und Kampfheind Mal gucken, wie das Ganze ausgeht, meine Freunde, und wir sehen uns gleich ingame Wenn ich denn eine Lobby gefunden habe nach drei Stunden suchen So, da sind wir jetzt auch schon ingame, meine Freunde, zumindest gleich, frei für alle auf Tremor Mal schauen, wie ich mit der Waffe, die der Chimpanse hier vorgegeben hat Beziehungsweise er hat sie ja auch nur vorgegeben bekommen Mal schauen, wie ich damit abschneide Bin ja mal sehr gespannt So habe ich die Waffe noch nie in meinem Leben gespielt Und ich bin mal gespannt Ich bin echt mal gespannt, wie sich der Hase hier anfühlt, die M3X So mit den ganzen Perks Normalerweise, wie gesagt, oh, es hat gerade erst angefangen, die Runde, Freunde Bin ich gerade so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen So, erst mal gucken hier Erst mal schauen, Überblick verschaffen, wo die ganzen Leute sind Ist klar Läuft doch rein, nee, nee, stirbt doch, es kann nicht wahr sein Kommt der Popiker hier wieder um die Ecke geschissen Hier oben ist bestimmt einer Hier kämpfen sie doch immer, sage ich doch Oh Gott, der hat noch Oh Gott, der ist auch noch so ein Ding, Mensch, der vermint hier alles Na, au, 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 nicht mit dem Popiker Oh, oh Oh Gott, oh Gott, Mensch, da sind sie alle auf ihrem Haufen Popiker weiß gar nicht, wohin mit seinem Körper Hier oben humpelt da einer rum Ah, ist hier eine Mine? Nee, hier ist keine Mine, Freunde Hier können wir aus dem Fenster gucken Hier ist keiner Da läuft einer Ja, den haben wir, Freunde, den haben wir 3,6 steht jetzt hier Popiker ist das Wetter Das ist schon mal nicht schlecht, ne Da haben wir schon mal einen guten, einen guten Start hier Wo ist denn der Nächste? Komm, zeig Nee, da hat er einen Wolf Schaffst du es nicht mit Hund, oder was? Das ist aber nicht der Ernst Hat sich einer echt so einen Wolf gekauft, ne Da würde ich ja, da würde ich ja das Brechen kriegen So, hau mal hier so ein, so ein Vesperpaket da hoch Ja, den hat sie nämlich zerlegt mit dem Vesperpaket Achso, jetzt kriege ich nicht nochmal so ein Vesperpaket Ist aber nicht so schön Ich würde gerne noch, ich habe jetzt 5 mal Plünderer eingesammelt Hab trotzdem kein Vesperpaket gekriegt hier Nee, da hört er mich schon vorher 3 Stunden eher Komm jetzt hier Das müssen wir doch mal reißen, ihr Freunde Mit der Waffe, ne Mal gucken, oh hier, er hat einen Popo geschossen Ja, und da klebt so wieder so ein Vesperpaket Ja So Mein Kommissar Rex will ich nämlich auch noch raus Nee, jetzt kommt hier so ein Heinz Und Erdbeben ist auch noch überall und nirgends Mensch, Popiker weiß gar nicht wohl mit seinem Körper schon wieder Aber jetzt haben wir doch hier so eine Tretenmine Ja, der klettert hier hoch, Freunde Oh, ho, ho, ho Satt, komm, prügel die hier raus, ja Na, da haben wir wieder ihn geklatscht Wo wir gucken, ob wir jetzt hier einen Kommissar Rex kriegen gleich Am Anfang Das wäre doch Das wäre doch wunderbar, Freunde Das wäre doch Das wäre doch ein Traum Mensch, guckt euch das doch an Das wäre doch mehr als Neee Da steht er da an der Ecke Und holt den Bubi jetzt weg Oh, hallo Hab ich dir das Messer reingerammt, mein Freund Ja, da bist du da Oh, ja, 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 ja Kommt noch, nee, das ist doch wohl nicht der Ernst Alles live, Freunde Das gehört alles dazu, ne Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja Oh Gott, der kommt schon wieder Einer in der Ecke geschissen Oh, ja, bitte gib's mir Oh, oh, wo ist der Nächste hier, hallo Oh, keiner da Oh, wusste ich doch Aus dann Nein Ja Lege dich beim Schießen hin Mal so ein Ding hier hoch, ne Oh, nee Da oben war auch noch so ein Teil Aber ich finde die, ich finde die Waffe ja echt ein bisschen langsam, ne Da muss, da muss ein bisschen mehr Feuer eigentlich, ne Das ist ne Das ist ne Maschinenpistole Da muss es eigentlich mehr abgehen Kommt da in der Treppe hoch Gewuchtet Ja Mach ein Spiel Oh Gott, oh Gott Nee, nee, nee Da war da noch einer Nee, nee, nee Der Messer, der Mist Hab ich mich übrigens erschrocken Na, Luft durch Komm her Nein Ja, jetzt aber Da hab ich auf dich gewartet, mein Freund Da hab ich auf dich gewartet Ich will doch nur meinen Kommissarex machen Wir verlieren Druck Me, hier ist keiner Hier ist auch keiner Nörgends, wo ist hier einer Siehst du wieder keinen, hä Siehst du wieder keinen, siehst du wieder keinen Stich hier Denn wir verlieren auch noch Jetzt bin ich auch noch Dritter Das ist ja wohl nicht der Ernst Oh, das ist keiner Ah, der hätte einer sein können Wie ich's wusste Wer kommt da mit so einer Schrotflinte rum Ach Das wird doch spannend hier Spannung pur Hören wir erstmal so ein Festpaket wieder da hoch Der hat mich nicht gesehen hier Wer war da eben einer Ich hab schon mal da Hallos, Freunde Das ist nicht der Ernst Das ist nicht der Ernst Oh, hier kommt aber einer Mit dem herrsch Oh Gott Wo schieß ich denn hin Wie so ein Bekloppter Ja Wie er's weiß Hat er wieder seinen Seinen Heck da an Die haben alle ihre Hecks an hier Die hacken alle Nee, ich habe gemessert zuerst Das ist auch nö Komm Nö, jetzt bin ich auch noch Dritter Das ist nicht so teuer Man muss sich wahrscheinlich auch erstmal einspielen mit der Waffe Ich weiß es doch nicht Ja, hier Vollkörper Mache das Paket da kaputt Jetzt kommt wieder einer von hinten an geschissen Das ist nicht normal, ne Das ist nicht normal Gut, da das Ding da dran kleben Das Festbaupaket Oh Gott Nein, wirklich Oh, Glück gehabt Na Von da drüben Von da drüben Ja, Abschluss des Führenden Abschluss des Führenden Nein Ach Mensch Och, jetzt gewinnt der auch noch Face Akai Ach, Freunde Ich kann es doch auch nicht ändern Mensch Was gibst du uns auch so eine Waffe Was gibst du uns auch die Perks Mensch Schimpanzergebung Ach Kannst du nicht ändern Ne, meine Freunde Ah ja Kannst Kannst halt nichts machen Da sind halt andere besser Da sind andere schlechter Mal wieder Erwischst du die Lobby Gewinnst du Erwischst eine andere Lobby Verlierst du Es ist wie es ist, Freunde Kannst du nicht ändern Damit sage ich Rinnjau Und euer Bubika Bis zum nächsten Mal Player left Euer Bubika Euer Bubika